Kümpt euch um die Mediums, bitte. Ich hab genug. Und shieldet den Löwen, bitte, wenn's geht. Aua, aua. Ja, zu spät. Die Films getrackt. Was denn? Ich stelle mich jetzt mal vor ins Haus und guck mal den Loren. Die haben zwei Lorenz, ne? Oder drei? Drei. Der MT-25 steht immer noch da, schießt aber auf. Äh, ihr könnt eigentlich rumpushen. Okay. Wenn alle nachgeladen sind, einmal rum. Ich bin echt der Erste. Ja, T-34. Rumpushen. L-Loren hat sich zuletzt. Ja. Ich hab zwei gefassen. Die Lore hinten. Ich glaub, das Rumpush bringt jetzt auch nichts mehr. Ne, das könnte abbrechen. Ah, ich bin raus. Das heißt Lorenz, oder? Drei Stucke ist das schon fies. Das ist blöd, ja, das ist definitiv blöd. Ich bin raus. Du kommst halt nicht gegen die Potential-Rampagne aus. Ja, wir beschuss, oder? Der Lorraine als Autoloader. Vier Stück. Ja, vier Stück. Und hat auch ziemlich viel Penn. Genauigkeit, naja, aber trifft trotzdem das Ziel. Und Reload zwischen die Schüsse? Drei Sekunden, oder? 2,5, glaube ich war das. Du kannst, das ist nicht wie vom 10er Skoda. 1,5. Das ist ja richtig krank, vier Schüsse. Ach. Jetzt hätte ich so gerne Jagd eh gehabt. Wenn ja theoretisch auch mal 10er waren. Ja, kann man fast auch. Wenn alle einen 10er haben. Ja. Ja. Weil ihr werdet jetzt einfach drauf fahren. Besser noch von hinten. Hier ist drei, guck mal mit zu mir. Die kommt jetzt. Gesundheit. Aber wir haben ja unseren Joker noch. Ja, doch. Die schleicht da hinten rum. Wo ist denn die überhaupt? Die fährt grad unten hier rum. Hä, warum Kaidi, warum Kaidi nicht spectaten? Wird's ja da. So. Serie 5. Also los die nicht oblinken, oder so? Ihr könnt halt, äh, Disco. Neck. Wahrscheinlich kam deshalb die Loch angefahren. Neu. Weil da holt er den MT Kim. Nein. nicht viel. Oder? Vielleicht wie jetzt wird er einfach von hinten getrackt. Und kann sich halt absolut nicht mehr wehren. das hier. Alter, aber er trotz. Er zermatscht alles mit dem Bonser, gell. Ja, klack. Alter, das ist saugeil. Ja, klack. Ich feier das tot anders. Guck mal, das ist doch ein Wonshot. Ah, komm. Nimm da raus, nimm da raus, nimm da raus, bitte. Komm, 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 komm. Oh, fang. Auf mit Auto-Amb. Nimm mal, nimm mal, nimm mal. Das ist kein Auto-Amb. Nein, überhaupt nicht. Ich hab grad... Ich hab grad... Jetzt kommt er vom Arsch. Schade. Ich hab ihn zweimal an die Ketten geschossen. Ja. Ist so ein Mist. Immerhin, ihm eine gepanzerte Faust vermasselt. Ne. Ich glaub, der Krieg schon... Doch. Wenn eins sterbt. Es darf nur einer sterben, ja. Es darf nur einer sterben, waren das zwei? Ja. Ja. Bommbar... Bommbarla... Bomber конц? Was? Bom-bär-ox-darmend... Hä?! Bomber-Darmorr... Jaja, klar. Aber wir haben eine Clan-Einladung gekragt. eine Clan-Einladung, Bomber-de- entrepreneurs... Ist der da drin? Äh, du weißt... Ich hab jetzt einen C26 E5 genommen. Wer hat eine Clan-Einladung bekommen? bombardement heißt das ich kann nicht französisch ich wohne so nah an der französischen grenze und luxemburgischen grenze von daher wenn ihr das annehmen bin in dem klan drin oder was also der klein war es wahrscheinlich bombardement ja das ist aber hier verboten weil du hast bei mir du hast bei mir klauschen plan oder bin ja bei der brigade dabei beim volk du kannst keine kleine leitung kriegen wenn du schon in ihrem land drin bist ja ich habe auch eine kleine einladung gekriegt wahrscheinlich team einladung na klar einladung ich bin ja bin ich gerade entfernt und schon vom nächsten auf noch mal wir stellen uns erst mal hier zu finden sie führen okay okay wir haben ja gegen bu gewonnen das wäre lustig dieses gruppe dieses race zwischen tok und 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 löwe er sagt das dicke der park fertig ist damit die hier fahren wir auf schien kriegen ja er doch ist eigentlich gar nicht mehr einzielen der stock kann während der fahrt voll eingehemd schießen müsste eigentlich wirklich genau so langsam wie der ist genau der geht beim fahren nicht groß auf doch ach warte dann drückst du ein mor und dann ist er wirklich mit sich das ist eine dumme frage aber wie gut ist da oder kommt das thema tarnung ach du scheiße oder tarnung was für tarnung die werden und jetzt von zwei seiten versuchen anzugreifen die werden und versuchen einzugreifen ja schießt mal so weit runter wie es geht am besten ersten t34 hinten die meisten brennen one shot ich will nur raus ich will nur raus ich will nur raus er ist raus jetzt so dann löwen ist egal der tausender zuerst hier eigentlich kann man einfach aufbrüchen von hinten kommt die 25 pilot ballert irgendwo da hinten wo 1 auf jürg kann er damit wir tauschen ein 300er 14 ach komm was ist denn das hole ich mir hole ich mir kann irgendwer dort drüben irgendwo spotten da ist keiner die sind hier hinten kann mir jemand mit dem löwen helfen der löwe alter tok der tok ist doch schon da kommt hier rum alle hier oh fuck oh ach so da kommt der mx auch prima abgelenkt mx ist raus kommt schon ah was ich leite abgepeilt beim löwen what a joke löwe raus ok so und jetzt muss man jetzt muss man schnell zum capo ans fuck ja na schafft mir locker wer ist das schneidestie oh ich muss bilden ne das schafft mir locker k.a.e. laden leute ne zum mediums ok mit piloten gut 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 sehr gut jetzt hat man nicht sterben ja die haben schon verloren können weil der pilot ist rausgefahren man bleibt es irgendwie auf k oder dumm sind die ja der one is one shot der juckt das gar nicht durch der bleibt einfach dran stehen und guckt mich nicht mehr hat nen bop ramming speed ramming speed ramming speed das hatte sich der e5 auch gedacht bei mir aber ich glaube er hat mehr damage bekommen ja ist eh klar 100.000 credits gemacht wie viel höll ich mit 60.000 nur gold geschossen wahnsinn 100.000 credits mit was mit objekt ja ich habe jetzt auch 115.000 credits bekommen und 18.000 durfte ich mitnehmen ich durfte eh nen ernst echt mitnehmen das ding ist kannst du auch nie gold bei so sachen spielen wenn du gewinnt ich mag schon mit dem immer gewinnen generell bei premium panthern ist das so was sollen wir ES3 sagen wir machen nur miese nö ich mach mit ES3 häufig das ist das wenn man eh beim wenn man so nicht premium wenn man das halt kein gold schießen also mit ne ES3 kannst du auch mit AP durch wenn du richtig ja ja aber mit dem obi doch kannst du ist egal ob du AP oder also ich schieße nur mit der ES3 AP ja 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 nur beim obi ist es dann egal wo du triffst versteh schon jetzt wenn der Rieke extrem blöd ist ok da kommst du auch mit gold nicht durch aber sonst warte nicht wollt ihr da irgendwie nochmal auf stufe 10 umsteigen oder äh stimmt da war was ich hab nur so einen 10er ich auch nur einer der passt doch doch heute stopp stopp warum wir jetzt nicht bereit sind wir fahren doch eh grad nur Bullshit also wir fahren doch eh grad nur Bullshit also wir fahren mit 10er huch jetzt bin ich rausgegangen und ich nehm eh den größten drowning bot tank joha muss glaub ich jemand neu aufmachen oder ja 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 wenn wir 10er fahren glaub ich schon oder ach hier fahrt jetzt 10er nachher deutlich kann man das doch umändern oder äh fahrzeugstufe ja ist er jetzt eigentlich richtig lang wie bitte wer ist er jetzt also ich kann nicht auf 10 umändern also ähm weil du bist im Teamgefecht ja ja du musst auch voll werden genau und dann kannst du aber nur bestimmte Anzahl von äh legionärin mitholen ja 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 schade also bleiben wir auch draus ja so wer ist dann dann wieder gekommen so wieder schnell zurückschicken so tock ok warte so wer war denn noch rausgegangen oder hast du in der The Gamer also ich fahr noch ein Gefecht bei euch mit dann wechsle ich erstmal wieder ich will ein bisschen äh mich umschauen was es so alles gibt aber halt schon bei drei Stück joa ist ja ein bisschen dazu da ne genau hier nix ja ich bin noch ein platz frei äh gerade nicht wir sind gerade voll ok ach man oh jessi nein mir ist gerade die Chipstüte runtergefallen jetzt sieht es aus wie Sau ja fast in meinen Ranzen rein dat wär echt peter gewesen ich weiß ja nicht warum die Leute hier immer rein joinen aber man kann auch einfach nicht scheiße spiel erzählen wie viele da gerade in einem Channel drin sitzen ja verstehe ich nicht ja vielleicht hat er wirklich einfach nur so zu brauchen ja vielleicht wäre ja jetzt gerade einer gegangen oder so weiss schon aber trotzdem du musst dir überlegen stell dir vor wir fahren gerade es ist gerade eine schwierige Situation und er kommt rein und fragt erstmal er lenkt halt total ab ja ja okay ich darf mir mal ganz kurz die Chips ein und es gibt ja einen bestimmten Grund warum da ein Wartebereich ist oben ja ja das wissen aber nicht alle scheinbar ja er war gerade am Schreiben beat Nein und wir verteidigen interessant jeje eher die zwei arm x 13 57F ялsta da können lustig werden m common oh